Der KZUR SC präsentiert Wildpark TV, powered by Baden TV. Ende Vollart, herzlich willkommen hier beim KSC. Noch nicht im Wildpark, denn der KSC ist im Trainingslager. Ich kann mir vorstellen, die letzten 36 Stunden waren keine ganz normal. Ne, also es freut mich erstmal, dass es dann doch noch geklappt hat nach der Woche. Es war eine leichte Hängepartie, aber jetzt bin ich hier und alles was vorher war, interessiert mich nicht. Ich würde jetzt einfach Gas geben und freue mich. Gestern Abend angekommen, heute Morgen das erste Mal mit der Mannschaft. Trainiert die Kollegen, kennengelernt, Dirk Orleshausen, Kai Rabe, den Torwarttrainer, Max Reule, den dritten Torwart. Wie sind so die ersten Eindrücke? Ja, sehr gut. Es wird hart gearbeitet und viel auf Kleinigkeiten geachtet. Und das ist eigentlich auch mein Ziel, ich will mich einfach weiter verbessern. Und wie ich es eben schon gesagt habe, einfach Gas geben und die Mannschaft kennenlernen und dann schauen wir weiter. Nun kommt ein Torwart nie, um sich zwei Jahre, das zwei Jahre unterschrieben, zwei Jahre auf die Bank zu setzen. Auf der anderen Seite ist man neu, muss sich auch erstmal einfinden und sich beweisen. Was hast du dir vorgenommen? Also allen voran habe ich natürlich großen Respekt vor Dirk Orleshausen, der ist hier Kapitän, ist mit der Mannschaft abgestiegen, wieder aufgestiegen, hat da alle Höhen und Tiefen erlebt und hat auch eine gute Saison gespielt. Aber wie gesagt, ich habe die letzten drei Jahre auch gespielt und auch gute Leistung gebracht. Aber trotz allem, der Respekt ist da. Ich habe auch schon mit ihm geredet, persönlich. Wir schauen, dass wir das kollegial am Platz regeln und dann schauen wir einfach. Wir geben beide Gas und der Trainer entscheidet es dann. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.